Hallo, jetzt willkommen, da sind wir wieder zurück. Das mit den Optionen. Hör auf, geh auf, geh auf. Okay, alles schon mal da an die Wand. Stimm jetzt da, okay. Okay, Hobbies. Okay, geil, also, ich würde sagen, wir beginnen jetzt so. Wenn die anderen nicht einfach wollen, bitte bitten wir. So, ja, auch ein herzliches Willkommen zu Ihnen von mir, ja. Ah, ja, stimmt, nur noch nicht, auch weiter hatten. Kurz ne Pinkelpause, ne Verschnaufpause. Der Pinkel und alles Pinkeln. Ah, nimmt jetzt gerade nicht mehr wieder aus. Hier liegen noch Schmerzmittel. Ah, einen nicht auf, weil, ja, wegen Hochland und sowas, das dauert bei ihm ein bisschen länger. Na, guck mal, warum liegen die Schmerzmittel im Klo? So geil. 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 Und das ist von wichtig. So Erstens. Dissby den und man braucht uns danach kommt in was sind er hat gesagt hat beschäftigt habe ich die Schreiber wenn sie ihn bei ihr durch was soll das die Hörner verteidigt durchsägete ich muss die drücken dann ist er gar nicht so die Strecke 3 der 1 2 durch aber jetzt beginnt das erst alles klar er hat sich was noch ja und neue Leute waren manchen sich auf die der geilgültigen Prozent Prozent ich dachte es wäre einfach durch die Geschichte der Kiel in der Mitte ja ich bin recht gut danke ich bin vorlieblich ich habe die die beiden du erledigt ja ich bin ich hätte das überleben nach wo sind ich will die Tanteile als Teil der Tanteile ich habe einen Stiliebnis doch erst mal wieder ich weiß nicht wo du willst auch das Leute wie den ja gerne schiebte Prozent St ich denke ein bisschen so viele Wochen noch ein paar Liedern um die Takt das ist das Mainz nehmen Alter als er könnte man in die kann man in der Küste geben oder sowas die Köln Prozent der Film abnehmen der eigene ja wie noch zehn das Leben in den Aller ich weiß nicht so weit von Mecklen ein Zag ist da sind zu machen bei mir kommt die Erdung und die Betreffung auch ja merkt mich schon ich hab mir dann doch für Elton hat sie auch wenn du so entfassen und so kommen auch so aus und hier ja auch sein mein Gott die Welt der Aufmerksamkeit Schmeiß runter Elch die Säden müssen die Arbeit machen es geht wenn ich komme auch wenn ich komme und ja weil ich wieder kommen wenn ich will die Leiterung Schnellschnellschnell der Junge Fettkirchen aufgrundsätzlich ich habe den Trinkert ich bin der Niederlande durch diese Granaten gehen soll es nur bestimmten Stellen alter nicht lange nicht nach bei den Sonnenschlag ein Moment aber es geht mit ich bin einstattet Prozent du Arne aber er ist ja Sankar aber er hat sich dagegen die Tiefel ich musste andere haben hier nicht durch das Ding hat das geschafft hinter was der Welt für uns wir sind jetzt in der Nähe nachdenken und 1 er ist nicht abhängig warum das ist nicht ich habe auch um die Sonne Lohls Karten und wir haben auch ein Gefühl sagt dass man ein bisschen mehr wehnt der Volk an können wir ganz allein auf mich gestellt und ich mache ich bin ich nicht mehr ganz gern der Jungen in der Sattung des der Zeit und ich habe das gemacht ich habe wo ist denn das jetzt wenn wir müssen nur abhängen um eine Lärmung hat man zu wollen eine Sündung für die mädchen hätten Prozent ja so wie ich muss einmal als ich habe wenn er war die Besserung kommen das ist nicht ich bin ich komme Möncheng Körnungsstrahlern ist ein Verkauf der Mönchengen das ist schon mal die Rehabilitärs dort ich bin doch Neboligstöcher und die in den Ruhigen die Gäste warm 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 ich bin unser einziges wir können doch dann wir können doch gar nicht mehr er doch noch nicht eröffnet sich in einem neuen genauer ich habe mich auch erwischt wir haben ein bisschen was wo es nur die Kinder ja man denn das Erfassungen vor allem ich möchte ich musste ich musste den anderen den Zungen an den muss ich noch gehen die Trennung auf die Zunge in die Klinik habe ich ja du könnt ihr mich jetzt für dich wiederbelebt? ja wo bist du? Achso ja stimmt, ich kann dich noch wiederbelebt ja wir kommen, wir wissen, wir sind da hingekommen geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter nach oben ja, weiter aus jetzt geh nach rechts ja da rechts, äh links, rechts nach hinter dir ja da, genau, rechts, rechts, links, 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 weiter welches jetzt? wo denn? weiter da, irgendwo bin ich gestorben, ja da vorne ja, schön zu wissen Juhu, eine Florende ist irgendwo hier muss ich liegen, vielleicht hinter dir oder so wir müssen das Auto betanken hinter dir, oder ja, ne, hinter dir hinter dir klick so schnell wie du kannst, bin dabei ja hilfreich herunter ja, ohne Momento hinter dir, wenn du nach dem Defi hinter dir, wenn du nach dem Defi hinter dir, wenn du nach dem Defi würdest das49 danke Höllen ja, bin dabei, bin ich ganzculus bemüht mit rechts und rechts und rechts, links, vorne, und hinten, und hinten, bei der vorne, ne, ich denk das nicht. Komm mal hin, mal hin, Trage other về, ja, ja er Prozent und sie werden weiter weiter nach vorne weiterer auf den ersten Händen Sachsen und ich will die 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 Berliner wurden Hilfe ich liebe auch die Armee ich bin bereit das ist die falsche Etage die falsche Etage die falsche Etage geh auf die andere Seite oh Gott ich komme nicht mehr weg tank ja tank tank lass mich in Ruhe 6 HP greift euch den Tank an ich bin guter, okay wir haben verloren 5 HP ich hab dich geholfen ihr wollt mir nicht helfen ich hab dich geholfen ich hab dich nicht gefunden das kann ich dir sagen ich war direkt neben dir du renst irgendwie an einem von uns der anderen Auto vorbei wo sehe ich dich denn bitte ich werde angezeigt ich werde nicht wirklich du hast auch nicht angezeigt doch wenn man stirbt wird man überall angezeigt nein nur wenn man liegt oder sowas denn ja aber du stirbst du nicht aber man konnte da irgendwie nicht gehen warte ich eure Moni auf so wenigstens und und spart auch Medica auch das ist mein Glück genommen und ich habe mich in Medica und ich habe mich in Medica konzentriere noch die konzentriert euch auf die Benzin das war ja ich habe 5 Stück reingemacht das ist ich kann warum kommt der nicht rein ich bin auch mehr ich habe noch was gehört ich bin nur noch das hier ist ein Schieberleiter sein und wenn man sich weiß wenn ich werde diese Becker fehlt wir haben ein aber er hat die Ex-Macht-Flohn nicht die sich gar nicht so ein die Wissen schießt und um alleine der Pasche zu fahren die aus dem Team müssen woanders bleiben ja das ist nicht schon längst den Weg haben Ok also noch kommt kein zum ist erst wenn wir den ersten Kanistern gut haben so dass ich das verstanden habe, der liegt dir gleich vor. Es ist Unglück, wir müssen einfach ganz gerne Zeit wegholen. Ja, soviel dazu. Ja, warte, 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 ich hab ne Idee, nur nicht tanken. Nur nicht, wir legen erstmal alle da in die Richtung, weil erst wenn wir den ersten getankt haben, das heißt wir holen jetzt erstmal alle. Ja, genau. Ok, ein paar kommen jetzt anscheinend auch schon. Ich glaub, die Rechnung geht nicht ganz auf, danke. Ja, egal, immerhin haben wir schon mal so ein bisschen was. Und wir gehen wieder da oben hin, wo René gestorben ist. Wer hat aufgeladen? Ich nicht. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? René? Wer war das? Nein, ich weiß gleich wie das geht. Also ich auch nicht, bin gerade auf dem Weg mir einen anderen zu holen. Ja, dann muss ja nur eh, ich habe es auch nichts anderes. Soll das soll man gut, zu tun? Ja, ich habe das von. Doch ich hab das jetzt schon mal gemacht. Und ich hab die Krise, dann muss ich wieder hingehen. Ja, ich hab die Krise, dann muss ich wieder hin. auch mit dem Schmerz auf die Idee wir sind immer unterlaufen der Anarbeit der Hauptflammen gesetzt und ich bin ja kein ist mehr der Wand von mir in der Nähe und dann warum sind sie die Inflamme Leute okay das da unten war ich nicht nicht das Auto ich bin tot und die also ich weiß nicht ich habe nur um ein bei der Kindeschaft an nur weil ich sie kann es doch ja das war eine erinnert auf der Existenz der Kindergarten neue Ereignisse von Sonnen Schleimig Teiler auch wenn es wird schon mal wieder nichts ich weiß wie du bist ich komme zur Stützung Alter wie schlecht seid ihr wir gehen alle noch nicht auch nicht und wenn es so schlechte Maul mir was kann ich noch für ein bisschen davon ist ein zweckes und zum ja kommen Julien noch weil wir das Leben der Hilderichwech die Flüchtlinge diese Kotzbombe ich bin noch nicht gut und kann ich auch so lange hochziehen ja ich bin gerade weit zu dir zu kommen und ich kann oder die alle Welt bitte ein Bild haben und dann mal die in meinen und dazu man hat es für mich die Aliemen ab die Linie an den Kornel den Kumpel für die Musik ja ich weiß nicht auch weil das in den Zählern wer ist er wird der Klinik ist und die praktisch weil er sei reihe auf die Korte die Schmelzen was das hat nie ein Tag Joky Joky versorgen bis zu sein das müssen auch wenn er leider keine und bei dieser Gold jetzt geht alles von mir so bin ich nicht am liebsten will ich wenn ihr verwecken das ist er danke ich hab ich hab da ganz viele runtergeschmissen in der Linie folgt in der Vorhinein die in den Händen Smoker danke wenn noch ein Tänk das sind die Erkunftsfesten er merkt noch ich mache es gut dass sie kann es auch gut machen würden würden in Rösschüsse er ist nur die Hälfte bis sie mit ihm trägt in dem Thema sie sind ja wenn ihr macht weiter ab und er hat die Kanister gezählt ich habe auch noch ich kenne mann erhebt in das Land Boren Ehe für die Zeit wir haben es wohl ja auch nicht oben auf dem Dach also ich habe jetzt eine Pistole nur jetzt werden schon wieder weggezogen er hätte schon wieder anders hin mitzunehmen die Schüsse er kann ja immer damit ich dich definieren kann ab dem Herbst über das Leben gelegt ich hoffe ja auch in der Nähe der Latte wir haben ihn er denkt wiederbelebt mich mal wo bist du eigentlich schon ich bin tot ich warte darauf dass man mich wiederbelebt wird obwohl ich sie dann weiß ich an die wir auch irgendwo an so einem blumenkalister warte ich will immer zu er hinter dir hinter dir laufen 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 geradeaus einfach einfach geradeaus links weiter links 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 da genau da wo ja da denn kommen komm schon ich muss wieder kommen wie mache ich das drauf drücken oder eh oder irgendwie sowas hinter dir alter ja komm dann wird das mit karl hat mich ja wie denn ich war gerade selbst tot ein Loh ich bin gerade bei mir Tänk oder was auch immer zu tun wird die Leiter schon wieder als er um ist immer noch der gleiche ich hab morgen ich hab gerade gar nichts mehr wir haben immer noch sechs Kanister wollten nicht verarschen also noch mehr da oben auf dem Tag ist einmal gekommen doch da kann man doch er ist gekommen er dauert Scheiße mann Evo Krüchen Oma Alter ja kommen ich kriege aber auch gerade echt alles ab er nach so wie ich auch aus dem Raufbeschocken ich bin selbst schockt der Startpreis hat ganz gut ich möchte den E-Mail und Kurzeru und Kursen ganz schnell kann uns verholen auch die Dachshund einer die Komponente der Umgebung keine Ahnung Rauch springen ich glaube auch immer als man wird nicht weil ich glaube man kommt bei der Ehrung ein Allgemeiner und zufrieden die sich die Einstieg der war ein die Verhalten die Auswertung der Schocker dort und um bitte sehr wo sind die Unterschied zwischen Tänken Prozent da hat er ein Kripp der Treffer anwandten Teil noch mehr schaden und wenn auch unnummern schon ganz schnell zusammen da ankommt ich verstehe es nicht und da irgendwie da haben wir wollen die Läufe und die Dauke ich hab ich weiß alles oder in der Fall ist ich habe jetzt drei vier Stück runtergeschmissen dann kommt man es in diesem Jahr nicht gut durch Verlöse mein Buch die Schwanger auch so auch so und so wird die Leute erkennt sich das Leben ist scheiße ganz hellig schwer ich bin dabei war ich aber nur für das sowas von gewissheitlich daran dass ich hier ein Jahrhundert Antiochland ich habe ein Konferenziert und in der Leiche springt runter ich habe die schnell ich habe keine Ahnung mit der Entschuldigung und ich bin jetzt Götter, können wir nicht auf den Tank reinsteigen? Nein, es können hier sowieso nicht viel rein und du hast das Spiel ja nicht. Oder was meintest du jetzt? Weil auch jeder reingehen könnte. Wo reingehen? In den Tank. So, na, oh mein Gott. Das ist nur Tank. Ich denke aber auch nur an Battlefield, ey. Das ist ein Zombie-Game. Man nennt ihn nur Tank, weil es auch viel aushält. Das ist infiziert. Willst du mich verarschen? Das ist doch beide das Gleiche. Das ist doch so, nicht. Und die ganze Zeit hat sich nicht mehr funktioniert. Wir haben verändert sich nicht mehr. Die sind die letzten Ziele aus. Das wird vorher an der Stelle kennen Sie, dass es ein Trick ist. Aber es geht so. Das methodikul Firenore und da war ich auch noch einmal gut. Ich habe es zufrieden. Ich habe es zufrieden. Ich habe es zufrieden. ich weiß nicht wo du liegst ich bin ganz unten und dritten an die Brunnen alle waren es nicht weniger ja das überlebe ich auch ja noch besser an auch ich bin jetzt runter oder die Arbeiter nach vorne er geht nach dem richtigen Eier aus wo er jetzt links rechts rechts gerade aus also hier jetzt hinter dir der Heide der Karte aus der Karte aus ein Auto vor allem weiter die er da ist anwachsen wo denn ein 4 oder sind schalte das Blut auf dem Ort okay wir haben verlorent ist eine Art Leichter Oktober auch im Dich die Krippe den Anfänger und das ist nicht so wichtig der ist der Gruppe der so klein und armselig wurde anwesend bei den Schadern ich hätte umgehen und jetzt erst mal also er wird nicht verarschen ja die nur ein bisschen mehr mit gern noch ein bisschen was abkriegen. Hä? You've been my head right around. What? Alter! Die soll sich mal in Ruhe lassen. Jetzt krieg dich! So. Du auch, du auch. Loll. Du bist ja gerade runtergesprungen. Jetzt geh ganz runter. Geh jetzt ganz runter. Tod. Ja, da. Alter. Okay, du kannst dich nicht umbringen lassen. Jetzt die Siegel. Ja, ich mach das eben. Alter, mein ganzer Film. You fucking face bitches. Alter, ja komm! Willst du mich verarschen? Jetzt! Alter! Warum geht der nicht drauf, aber ich bei so ner Scheißsäure? So, hier sechster Film. Alter. Ey, du machst mir die Gälde gerecht. Ey, du machst mir die Gälde gerecht. Ich mach da weg! Ich mach da weg! Na dann. Egal, wenn er die geschafft hat, man alles wie man hier gerade schön sehen kann, wenn man dann trifft. Woher kommt der denn? Ja, sicher! Alter! Alter! Das ist ein chilonderく. EinSabli! 0 HP! Auch geil! Egal, wenn alles simuliert war, wir sind mega gut. Wir sind alle hier Nick, der kann immer noch das Meister. Arne, René, also Arne ist sowieso schon längst weg. Enrico Lava ist sowieso ne Scheiße. Oh Gott, stirbt auch öfters mal. Auch wenn ich auch ziemlich oft sterbe und René möchte jetzt glaube ich auch gleich weg. Willst du Hayamou machen? Ah, das war die Tür, Scheiße. Bist du, müssen die gleich gleich Humo machen? Ja. Okay, also. Zwischenfolge, das hier war nochmal 25 Minuten. Murat, du hast auch aufgenommen, oder? Ja. Man sollte nicht immer muten. Sorry. Ja, ich mach halt still jetzt. Dann wär ich nochmal hier so ne schöne Bombe. Ich kann hier gar nicht drinnen werfen. Okay, klar, alles klar. Also die Diegel. So, hier erstmal. Weil ich heil dich. Schöne fünf Schüsse abgegeben. Ja, warum heilen die? Der Arscht. Okay, gut, also. Dann würde ich sagen, was ist hier erstmal für Special? Wahrscheinlich geht's morgen denn weiter. Also. Wahrscheinlich nehmen wir morgens. Gericht, das heißt, wenn wir in der Welt wollen, dann werden so. Ja, was denn? Der Arscht. Ach, ich meine. Auch hier ist der Fall schön. Ja, das ist immer so. Und denn also, wahrscheinlich, entweder gibt es für euch gleich weiter, das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie viele Morgen online sein werden. oder dann war es das von den Sprecher und wir danken für 1000 Aufrufe und fast drei siehunderten wie schon gesagt werden wir haben 29 und das sind so eine kurze Zeit schon ziemlich gut sind sie für uns und die beiden Kinder in der Nähe Abonnenten Null wie diese 15 Abonnenten er hat uns natürlich auch das ist was wir schaffen der Bewerber nicht mehr mit zu klären einmal mehr Grund mit Null-Videos er egal dass es jetzt andere Sache er dann also eventuell bis gleich oder sonst ist irgendwann mal wenn die anderen auch mal wieder was hochladen ich habe immer noch nie gemütliche Pause und deswegen gehe ich mich jetzt hier schön doch noch jemand im Juni war und dann auch noch so scheiße anstatt die einmal über die sich denn wir haben unser eigenes Team so was noch viele nicht wissen und wir haben alles mögliche er hat er hat der Befeift die Erkrankung selber aus dem Punkt in die EU 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 sorry er hat er gesagt er hat er befeift die die Projekte self-host und EU EU-Mitglied wurden verstanden ich weiß sie selber nicht ich kenne es in der richtigen Kürze zu den Nominern aber ihr sagt jetzt nein jetzt ist er geklärt also gut denn wenn wir die Aufnahme blablabla die anderen Scheiße so und dann also und ich würde sagen tschüss und bis zum nächsten Mal oder bis gleich was auch immer wer weiß das schon so genau also wenn auch irgendwie mit schießt sagen als es ist das die Ausgleichung nicht die Lüge nicht erlaubt fühlte ich sag auch schön ist da so Arne schon weg und in der Ausschusssitzung so und dann es ist sehr wichtig mal die alt die Maul jetzt ich muss auch mal irgendwie die Aufnahme werden es wird es nicht also tschüss ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017